Leute, es gibt wieder was zu quatschen. Wir fragen uns, wo ist eigentlich Mike Wang und wo ist eigentlich 2K Deutschland? Wir gucken mal in dem Video, was wir herausfinden können. Reden über Kommunikation von 2K, das war ein Punkt, den ich in dem, was wir nächstes Jahr brauchen, Video leider vergessen habe. Ganz, ganz wichtiger Punkt Kommunikation mit der Community. Und jetzt gehen wir erst mal rein. Let's go. Ja, wir sind auch schon hier auf der Twitter-Seite von Mike Wang. Für alle, die es nicht wissen, Mike Wang ist 2K Sports Gameplay Director für NBA 2K. Also, der Typ ist mehr oder weniger einer der Hauptverantwortlichen, wenn nicht sogar der Hauptverantwortliche Typ für das, was im Spiel passiert. Im Spiel, damit meine ich nicht, was jetzt bei MyTeam für Karten rauskommen, wie die VC-Preise sind und so weiter, sondern es geht um Gameplay. Das bedeutet, was machen die Spieler auf dem Feld, wie funktioniert das alles, etc. Und, der hat einen Twitter-Account und der Typ hat immer ganz cool mit der Community kommuniziert. Vor allem, wenn es irgendwie darum geht, sich Feedback von der Community reinzuholen. Wir sehen hier, er retweetet auch die Locker-Codes, die zum Release for free waren. Er tweetet, bevor das Spiel rauskommt, schon Sachen, die zum Beispiel hier ein Fehler waren. Wir erinnern uns alle, letztes Jahr an diesen Move von Yannis Antetokounmpo. Wo er diesen Blowout-Dribble mit der gefühlt besten Animationen hat. Und er hat dann gesagt, ja hier, das war ein Fehler, der hat die falsche Animationen gehabt. Wir haben das verbessert. Und zum Beispiel noch ein Ding hier. Diese ganzen Umfragen habe ich gerade schon gesagt. Das ist ganz cool. Und er kann halt direkten Einfluss dann darauf nehmen, weil er dann sagt, okay, die Community hat mir das und das gesagt. Wir ändern das so und probieren es zumindest mal aus. Er hat damals auch geleakt, dass die Quick-Drops nicht mehr im Spiel sein werden. Das geht jetzt zu weit zurück. Ich glaube, das war ein Post vom 5. August. Das hat mir der Winko vor ein paar Tagen geschickt. Also Mike Wang, für alle die Infos brauchen rund ums Spiel. Vor allem jetzt im Vorhinein, die ersten Tage. Das ist ein Account, den man auf jeden Fall anschauen kann. Allerdings, und jetzt komme ich zu dem einen Punkt. Nicht mehr lange, also schon lange nicht mehr. Wir haben hier den letzten Post von Mike Wang am 5. Oktober 2023. Und das ist ziemlich genau vier Wochen, nachdem NBA 2K24 dann draußen war. Ein Monat, nachdem das Spiel draußen war, hat er alles, was er um das Spiel herum, oder generell, sein Account ist still. Da ist nichts mehr passiert. Wir können mal gucken, seit wann er, also wann seine letzte Antwort war. Seine letzte Antwort unter einem Post war am 18. Oktober. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Wir sind jetzt im Juli, 16. Juli, 18. Oktober 2023. Das ist, äh, neun Monate. Er hat bestimmt irgendwo ein Burner-Account, wo er privat ein bisschen was macht, aber quasi das sein Arbeits-Account, 2K, Gameplay-Director. Wir haben seit neun Monaten nichts mehr von dem Mann gehört. Er ist einfach weg. Er arbeitet überhaupt noch für 2K. Ich weiß gar nichts. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er, er persönlich, nicht mehr nach Feedback gefragt. 2K holt sich trotzdem Feedback über den Discord-Server, da gibt's Umfragen. Ich finde da sehr viel davon ist Quatsch. Da werden dann so Sachen gefragt wie, ja, ich möchte, dass die, ähm, dass das Stadion der Dallas Mavericks, äh, das und das Logo, äh, mit auf dem Court hat. Weil das ist ja jetzt in echt auch so, also so richtige, so, jetzt fühlt sich keiner hoffentlich angegriffen, aber so richtige, so Casual-Verbesserungswünsche. So nix, was wirklich dem Spiel weiterhilft. Ja, also, das ist das Ding mit Mike Wang. Und dann gibt's noch nen Account, den ich seit einiger Zeit vermisse. Und es ist 2K Deutschland. 2K Deutschland, wir folgen uns gegenseitig. 2K Deutschland folgt mir. Ich folge 2K Deutschland. Ähm, 18.000 Follower. Ich bin einer von 322, denen die folgen. Ja, mashaAllah. Äh, ich küsse denen ihr Auge. Ähm, ja. Angehefteter Post vom 23. März 2023, das ist jetzt, ich sag mal, gut und gerne ein Jahr und drei, vier Monate her. Also sagen wir jetzt mal ganz grob geschätzt anderthalb Jahre her. Letzter, also hier angehefteter Post. Und der letzte Post, beziehungsweise der letzte Repost von 2K Deutschland, der kam am 8. September 2023. Wenn ich mich nicht richtig erinnere oder nicht täusche, dann ist das, wie hier auch steht, Happy 2K Day, der Release Day von 2K24 gewesen. Und, ich hab's nie offiziell gesagt bekommen, obwohl ich mit 2K Deutschland, ihr erkennt das ja an den gegenseitigen Folgen, ähm, obwohl ich mit denen verpartnert war oder in einer Partnerschaft, in einer kooperationsähnlichen Verbindung stand oder dass wir zumindest engeren Kontakt haben, weil ich ja, obwohl ich nicht der größte Account bin, man muss es dann noch sagen, einer der größten 2K YouTuber Streamer in Deutschland bin, die das wirklich auf 2K bezogen machen. Ähm, ich hab nie irgendwie eine offizielle Verabschiedung oder eine Nachricht bekommen, dass hier jetzt der Betrieb eingestellt wird. Aber ich glaube, und das kann mir bestimmt Max bestätigen, ich hab mit ihm über das Thema noch nicht, äh, geschrieben oder gesprochen, ähm, er wird's bestätigen können wahrscheinlich, dass 2K, die Abteilung 2K Deutschland, äh, dichtgemacht hat. Wir können gerne mal gucken, wie es mit 2K Spanien und 2K Frankreich gleich aussieht, aber darüber möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen reden, das ist bestimmt auch ganz interessant für euch. Äh, vorher hat 2K mit einer Marketingfirma aus München zusammengearbeitet, wo ich dann meine Bilder für Promos und so weiter herbekommen hab, die ich dann auf Instagram posten konnte. Und irgendwann war auch diese Firma nicht mehr so richtig aktiv, da ist dann der Typ auch nicht mehr zuständig gewesen. Ich wurde dann weitergegeben zu einer, äh, sehr korrekten jungen Dame, die mir dann auch immer die Gamecodes geschickt hat, die letzten 2 oder 3 Jahre für das Game. Immer hier die 150 Euro Edition mit, äh, League Pass und so weiter, das ist mega, mega geil gewesen, also da immer, immer noch sehr dankbar, so scheiße das Spiel auch irgendwann wird mit dem ganzen Gambling und so, aber da können die ja erstmal nichts dafür, die waren immer korrekt. Ähm, aber auch die Dame dann irgendwann plötzlich, also ich hab am, ich hab am Tag oder einen Tag vor, bevor 2K rauskam, noch meinen Code bekommen, so auf die schnellste, und irgendwie so, ja hier, ich muss noch, ich warte selber noch auf Amerika, ich hab noch keine Freigabe, bla bla, ähm, und ich hab mit Max schon parallel geschrieben und war so, hier, ich hab noch keinen Code bekommen, hast du schon, ja, er hat schon, er hat welche zu verlosen, er, könnt mir welche geben, so nach dem Motto, würde er machen, ich hab so gesagt, ja, im Zweifel muss ich's machen, aber schickst du ein bisschen Geld rüber oder so, ähm, wär unangenehm gewesen. Letztendlich kam der Code und irgendwie ein, zwei Tage später, Instagram Story von ihr, yo, ähm, leaving 2K, bla bla bla, ähm, new chapters, also quasi nicht mehr da arbeitend. Und ich dachte mir schon so, hm, ich wurde nicht weitergeleitet, also ich hab nicht gesagt bekommen, zu wem ich jetzt als nächstes Kontakt haben soll. Ich dachte mir, okay, kommt vielleicht von alleine, wird schon sich jemand melden. Ich hab seitdem nichts mehr gehört. Und das ist crazy. Das ist crazy, das war, das war ein bisschen komisch. Ich hab mir gewünscht, dass man dann wenigstens sagt, hier, 2K Deutschland macht dicht, erwarte nichts mehr. Es gibt zwar bestimmt noch einen globalen Ansprechpartner, aber, ja, da hätte man vielleicht weiterleiten können oder auch nicht oder was auch immer. Oder zumindest den Kontakt geben können, hier, schreib den an, wenn du weiterhin dabei sein willst. Ist halt leider nicht passiert, wurde vielleicht nicht dran gedacht, ähm, keine Ahnung. Da gab's auch mehrere andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, so Sachen, die ich schade fand. 2K hat, äh, jetzt hier beim Paris Game, die Leute von Getting Buckets eingeladen, die machen irgendwie das YouTube, äh, Ding für, ähm, YouTube, das YouTube, äh, den YouTube-Auftritt für 2K quasi in Deutschland. Und da sind Leute dabei, ey, es tut mir leid, wir haben im Stream auch schon drauf reagiert. Das ist, äh, die, die, die spielen nur für die Videos. Die spielen das Spiel nicht wirklich, die können nichts, die können nichts zu dem Spiel sagen. Das sind die allerletzten Casuals und, ähm, ja, manche von denen würde ich auch sagen, haben, so, Nico Backspin jetzt in allen Ehren scheinen ein korrektes Kerlchen zu sein. Aber, ähm, ich glaub, der verfolgt nicht mal Basketball, so, geschweige denn 2K. Und dann ist der da irgendwie als Gesicht von diesem, eines der zwei Hauptgesichter von diesem Kanal. Das ist so schlecht. Und, ähm, die kam halt nach Paris, während ich dann in Frankreich sehe, 2K Frankreich, Headboss zum Beispiel, ist jetzt ein Content Creator, der ist ein bisschen größer als ich, hat jetzt aber nicht unbedingt viel mehr Viewer. Hm, vielleicht 10, 15 mehr pro Livestream. Ähm, gut, was bei der Größe schon Unterschied ist, aber trotzdem nicht groß, so. Äh, die dann da sitzen, auf den Nacken von 2K, die ganzen Promostände mitmachen, dass ich mir so, ach, scheiße. Ich mein, ich hätte eh nicht gekonnt mit Kind und Family und Job am nächsten Tag, aber es wäre ein gutes Gefühl gewesen, wenigstens die Möglichkeit gehabt zu haben. Aber, gab's halt leider nicht. Und, ähm, ja, krank, 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 die, ähm, gibt's einfach nicht mehr. Und man hat nichts davon gehört, die haben sich heimlich, still und leise verabschiedet. Gleiches gilt auf dem Instagram-Account, also auch 2K Deutschland auf Instagram, keine Posts mehr. Gucken wir noch nach 2K Frankreich und 2K Spanien. 2K Franz scheint es noch zu geben. Wir retweeten noch. 12. Juli, letzter Retweet von dem 2K Cover. Okay, interessant. Okay, Spanien scheint es gar nicht mehr zu geben. Account gerade gesucht. Man findet gar nichts. Ne, also 2K Spanien gar nicht mehr gefunden. Und ja, das ist, das ist alles irgendwie so, alles irgendwie so schade, ne? Wo sind die Leute? Wo sind die? Also, ich verstehe nicht, warum man sowas nicht weiterlaufen lässt. Ich meine, so ein Twitter-Account oder so ein Instagram-Account, den kannst du jemandem geben auf Minijob-Basis. Das muss jetzt, da müssen jetzt keine, ähm, angestellten Leute dahinter sein. Wie jetzt zum Beispiel die Dame, die mir dann die Codes gegeben hat, die halt wirklich, ähm, so eine, ähm, werbeagenturmäßige Ausbildung oder Berufsrichtung hat. So ein Instagram-Account, ein paar Posts absetzen, ein paar Retweets machen. Wenigstens das, einfach das Gefühl zu geben, dass da irgendwie noch eine Anlaufstelle ist oder eine Informationsquelle ist aus dem eigenen Land. Also, es ist so, schwach, Mann. Und, äh, ich glaube, abgesehen vom deutschen 2K-Support, wenn das überhaupt echte Menschen sind, dann, äh, gibt's 2K als Standort in Deutschland, in München, da glaube ich gar nicht mehr. Ja, offiziell schon noch, weil als ich bei dem Paul-George-Glitch mal so ein paar Kontakte gesucht hatte, ähm, hat man noch was gefunden, aber homo-mäßig ist, glaube ich, 2K in Deutschland tot. Und ich befürchte, dass das nicht mehr wiederkommt. Daher, haltet die Augen offen, ey. Wenn ihr was findet, sagt Bescheid. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, äh, die Kommunikation von 2K insgesamt jetzt auch so übelschwach. Wenn irgendwelche Fehler im Game passieren, äh, wird nicht drüber gesprochen, ähm, es wird totgeschwiegen. Paul-George-Glitch gab's bis heute nicht einen Post drüber, ähm, eine Entschuldigung oder eine, hey, wir haben verkackt. Ähm, manche Sachen wurden einfach mit einem Locker-Code weggekehrt, zum Beispiel als Kyle Kuzma und, äh, ich glaube, Rudy Gobert, die Diamantkarten mit dem gleichen Fehler quasi zu bekommen waren. Da gab's dann den Locker-Code für einen der beiden Spieler, damit die Leute die Schnauze halten. Und es, ach, sind noch mehr Sachen passiert, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Kobe Bryant-Sache, ha, das, oh, wie kann man das vergessen? Die Sache mit dem Collector-Level Kobe Bryant war so krank, dass, äh, Collector-Level wurde am letzten Tag, wo es eigentlich dann kommen sollte, bevor es kommen sollte, am letzten Tag, in der Minute, wo quasi die Stelle in Amerika geschlossen hat, wurde der Post abgesetzt, im Discord-Channel, wo so wenige Leute drin sind. Also kein Twitter, kein Instagram, kein Facebook, im Discord-Channel, äh, in den Infos, dass die Belohnung geändert wurde. Und alle anderen Leute mussten das über Content Creator oder, ähm, ja, einfach per Zufall dann im Menü, äh, sehen. Das ist einfach nur krank, 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 krank. Also, ha, es wird auch nicht auf Kritik eingegangen, wenn Leute sich über Sachen im Spiel beschweren oder über, ähm, keine Ahnung, Promos, etc. Da wird einfach das Ding durchgezogen. Klar, die Arbeiten an 2K25, aber man muss den Leuten, wir sind ja letztendlich Kunden, man muss dem Kunden schon das Gefühl geben, dass er wenigstens ein bisschen was wert ist. Und das macht 2K leider überhaupt nicht. Das ist der, ja, doch länger gewordene Rant, aber einfach mal, einfach mal gesprochen. Ich hoffe, man kann der Sache folgen. Ich hoffe, man kann ganz gut zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Einfach mal so ein bisschen aus dem Hintergrund auch erzählt. Mh, ja man, ich bin gespannt, was 2K nächstes Jahr bringt. Also 2K25, ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch und ich, äh, bin schon am überlegen, was ich mache, wenn es scheiße wird. Weil noch ein Jahr mit dem, was wir in den letzten, in den letzten sechs Monaten erlebt haben, das mache ich nicht mehr mit. Ähm, ob ich Karriere spiele, weiß ich nicht. Also, MyPlayer sehe ich mich eigentlich nicht drin. Ähm, ja, ich gucke schon ganz fleißig. Wie FIFA und Madden sind, wenn ich ehrlich bin. Aber, was soll's. Wir hoffen auf ein gutes 2K und sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erst mal raus. Bye, bye.